Deep Silver 4A Games Deep Silver präsentiert Eine 4A Games Produktion Alter Inspiriert von Metro 2035 Der Buch Metro Exodus Das sah echt schön aus Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor dem Krieg Ich erinnere mich, dass wir anders waren Und dort oben lebten An der Oberfläche Wir waren die Herrscher der gesamten Welt Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut Nach Belieben die Miere überquert Und auch den Himmel erobert Wir waren einmal 7 Milliarden Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen Daran kann ich mich erinnern Ich bin nicht für das Leben in den Tunneln elke Die 7 Milliarden wurden im letzten Krieg ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Ach ja. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden. Und das wirst du, Alter, wie geil das aussieht. Ich glaube, die Metro-Fahrt war gerade ein Rückblick über all das, was bisher geschah. Und ich frage mich, ob wir wieder Artyom sind und das gute Ende weiterspielen vom letzten Teil. Man will nicht spoilern, aber nicht vergessen, es gibt noch ein paar andere Teile. Ich spoiler ganz kurz. Das gute Ende, an dem wir überlebt haben. Mit Frau. Anna hieß sie, glaube ich. Anna. Oh, geliebte Anna. Und Kind. Alter, die Details. Die Details. Das ist In-Game-Grafik. Kein Trailer mehr. So, okay. Jetzt. Okay, das Täschchen packe ich weg. Und dann. Warte. So, ist zugefroren. Okay, da runter. Gut. Denker Fuß, rechter Fuß. Täsch hier nämlich mit. Und runter. So, ist ein bisschen rutschig hier. Ah, okay. Gut, warte. Na, das schaffe ich. So. Wieder im Untergrund. Lang nicht mehr hier gewesen. Ah, ist das schön hier. Kann ich wieder? Ah, Licht geht. Okay. Ist schon ein bisschen her. Wie viel Zeit haben wir? Eine Minute 13, eine Minute 12. Okay. Kann man hier unten die Gasmaske nicht abnehmen? War das nicht immer so? Und vor allem kann man hier nicht erstmal ein bisschen rumgucken, bevor ich jetzt direkt weiterlatsche. So, ganz kurz, bevor wir anfangen, bitte keine Diskussion darüber. Ja, über Exklusivdeals mit dem Epic Store oder sonst irgendwas darüber, dass Epic sehr viel Geld mit Fortnite eingenommen hat und dann den Publisher quasi mehr oder weniger die Exklusivrechte eingekauft hat und so weiter. Also bitte keine Diskussion darüber, das sparen wir uns heute mal, denn ich würde mich wirklich gerne komplett auf Metro fokussieren und ich würde es wirklich gerne ein bisschen sehr ausführlich spielen. Also wir gucken uns möglichst alles an, wenn das Spiel uns lässt. Das war nicht immer so, glaube ich. Es war manchmal sehr schwer, links und rechts zu gucken. Oh. Na, da haben wir ja schon Besuch. Moin, Freunde. Bisschen hungrig, der gute Mann. Alles klar, da kann man nix machen. Drücke L, A mit dem... Ja, stimmt ja. Oh, das habe ich ganz vergessen. Cool. So, gibt es hier noch mehr Spinnenweben? Ja, ein bisschen. Ach ja. Den Effekt habe ich schon immer geliebt. So, warte mal. Da drüben kommt, glaube ich, Wasser runter. Was passiert, wenn ich mit dem Feuerzeug unter Wasser gehe? Wir testen das nur mal ganz kurz aus. Aus Prinzip, hier sind noch Spinnenweben, alles klar. Und hier ist Wasser. Ah, okay. Ah, gutes, altes, radioaktiv verseuchtes Wasser. So, hier ist ein Rucksack. Da ist nichts. Der hat Patronen dabei, warte. Und hier wachsen Pilze aus dem Bauch. Das brauchst du ja wohl nicht mehr, Kollege. So, vielen Dank. Kurz nachladen. Ich frage mich, ist das der Zug, mit dem wir gerade eben im Intro gefahren sind. Entweder bin ich sehr hungrig, oder wir sind nicht alleine. Okay, und wir haben natürlich wieder Spinnenweben überall. Ach. Irgendwann hat hier gelacht. Okay, kurze Frage. Die Rucksäcke können wir nicht durchsuchen, ne? Ne, leider nicht. Alter. Die haben ihre beste Zeiten hinter sich. Okay, und wir haben... Wer lacht denn da? So schäbig. Und Schüssel in der Entfernung. Okay. Gut, dann mal weiter. Und da war einer. Wir werden gleich reingeworfen, wie es aussieht. Was aber okay ist. Und ich weiß genau, wir werden bestimmt gleich angegriffen. Schild, verlassene Station. Aha. Biohazard. Oh, passt noch. Gefährlich. So, der will ihm noch den Kopf abbeißen. Auch kein Problem. Okay, und hier müssen wir mal ganz kurz eben den hier machen. Hier sind überall Spinnenweben, wie es aussieht. Oh, ich denke… Alter hab ich einen schrocken grade. Ich war grad so konzentriert, ich hab damit nicht gerechnet. Gut, dass das Fenster offen ist, als nachts ist. Da war wieder einer. Wir sind also immer noch nicht alleine, wir haben hier noch ein Grüppchen irgendwo und die werden bestimmt so häppchenartig angreifen. Heilige! Okay, da kommen wir nicht durch. Ist das sein Blut? Ja, okay. Hauptsache nicht meins. War aber erstmal nur einer, okay. Dem Stuhl ist sehr kalt. Armer Stuhl. Oh. Okay. Wir müssen also immer genau gucken. Hier ist ein Tisch. Wer wohnt denn hier? Hier können wir Licht aus oder an, alles klar. Und noch mehr Patronen. Okay, haben wir vollzählig. So, sonst ist hier nix. Na gut. So, jetzt hat sich jemand einen leckeren Tee gemacht. So, Freunde. Okay, nochmal schnell Patronen holen, weil die wahrscheinlich Seltenheit haben. Okay. Dann weiter. Hier ist niemand sehr gut. Oh, ein Tonband. Warte. Mh. 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 Das ist eine sehr lange Aufzeichnung. Wie gesagt, ich werde versuchen, möglichst alles mitzunehmen. Da ist auch noch weiter. Oh, Alter. Ich werde natürlich selber auch ein bisschen was sehen. Deswegen bin ich grad vielleicht ein bisschen ungeduldig. Weil ich natürlich auch weiterkommen will. So, sonst gibt's hier nix. Also hier durch. So. Und ich werde alle Tonbänder... Nicht gut. Ich werde alle Tonbänder, alle Bücher, alles was wir finden, werde ich mitnehmen. Oh, moin! Oh, Alter! Sonst ist hier nix, ne? Oh, 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 oh. Alles klar! Tschüss! Hab' ich ja durchgegangen? Ja. Ciao! Schnell! Lust! Lust! Alles klar! Tschüss! Oh, Gott, bist du hässlich! Da ist so ein Knopf. Alter, seid eine richtige Hässlone! Ja, die Telekarten haben jemanden. Ayosha! Samir! Hälfte mal! Wir müssen ihn rausziehen! Halte durch! Wir kommen! Die Poste kommt! Halte durch! Wir holen dich da raus! Danke euch! Das ist Antjom! Antjom? Ja, ich bin da. Antjom, hast du folgt? Ich bin Antjom! Er ist verletzt! Komm schon, Antjom! Bleib bei uns! Wir sind also doch wieder Artyom! Wir sind also doch wieder Artyom! Achtung, Leute! Oh, wie nur der Held? Warum ist das Licht aus? In der Station ist es jetzt Nacht! Aber keine Sorte! Alles klar! Aufmachen! Ich habe den Herzen gesagt, dass sie ihn erwarten sollen! Mikos! Na? guardian Eine Soll er doch lernen, selbst klar zu kommen. Und damit noch einmal herzlich willkommen bei Metro Exodus. Und ich glaube, jetzt geht's erst richtig los. Anna? 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 Alleriler, ich hab' den Es gibt nur die Metro. Und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Hmm. Da wären wir also wieder. Unten in der Metro. Hier kann ich das Licht an und ausmachen. Hey. Alles klar. Artyom, pass etwas besser auf dich auf, ja? Selbst wenn du da draußen Menschen findest, haben sie vielleicht ihre eigenen Probleme. Was würde es also bringen, sie zu kontaktieren? Abgesehen davon haben wir kurz nach dem Einschlag der Bombe doch ziemlich regelmäßig Signale empfangen. Inzwischen aber schon lange nicht mehr. Ja, meinst du nicht, das ist ein Hinweis? Naja, es ist dein Leben. Artyom, ich kann ja verstehen, wie du dich fühlst, aber du kannst die Metro nicht immer im Alleingang glätten. Warum suchst du alleine nach einer Lösung? Deine Freunde vom Orden kamen dir wieder zur Hilfe. Der Oberst scheint dich wieder in der Einheit haben zu wollen. Warum vergeudest du deine Zeit in unserer Zuchtstation oder da draußen mit der Suche nach Gespenstern? Wenn Sparta mich haben wollte, wäre ich sofort dabei. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Artyom. Danke euch. Tschüss. So. Ich auch nicht. Eine Schande, dass so viel Zeit... Na, Kleiner? Unkel Artyom, keine Sorge. Ich glaube dir. Aufgehebe. Nimmst du mich denn mit, wenn du draußen einen sauberen Ort findest? Äh, na klar. Ohne dich schaffen wir das gar nicht. Ach, Thayom, hör auf ihm Flausen in den Kopf zu setzen. Was denn? Ich will nicht, dass er so verrückt wird wie du. Ich bin nicht verrückt. Seit du ihm diese dummen Geschichten erzählt hast, kann er kaum noch schlafen. Das sind keine Geschichten. Was hat er denn davon? Bitte, lass meinen Sohn in Ruhe. Ich glaube, der hat ganz andere Probleme. Der hat nämlich so ein bisschen seinen Timmy. So. Ach, guck mal hier, Metro. Metro 2034. Ach, schön. So, hier ist sonst nichts. Gut. Dann stiefle ich mal rüber. Und die werden tagtäglich immer größer. Stärker und schlauer. Über Fluss oder Land machen die uns platt. Hier. Wir werden sonst nur uns. Aber damit gibt es nicht mehr. Was das so nicht. Was Aktion betrifft. Es reicht, Aktion wird voll sein, Soldat. Eben, wir eine Flasche mit Szen. Hätten die Jungs nicht rechtzeitig geschafft. Werden wir in Gewicht. Hör auf. Ja, was meinst du damit, alter Mann? Oh, ich trau meinen Augen nicht. Aktion, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt, Bruder. Wie geht es dir, mein Freund? Viel besser jetzt, viel besser. Hey, alles gut? Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Aber ja. Und da wir gerade davon sprechen, wie waren die ganzen Schwestern so? Hey, Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Hey. Hier kommen Urla? Brat. Haha, premium, Artyom. Wegtreten. Ich gebe euch zwei Stunden, Leute. Wir haben natürlich nicht aufgegeben. Weder die Hoffnung, noch uns, noch die Menschheit. Und? Wieder nichts. Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hinkrächzen. Mhm. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Gut. Das wissen wir doch nicht. Und vielleicht würden wir es nie erfahren. Die Zeit ist rum. Wir müssen die Filter wechseln. Oh ja. Bewegung. Wir brauchen keine zusätzliche Strahlung. Ja, Schatz. Ich komme ja schon, Schatz. Ich mache ja schon, Schatz. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Ja. Mehrmals. Siehst du diese Zerstörung? Ja. Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag denn der Rest der Welt aussehen? Alter, oh, wie cool. Oh Gott, wie desaströs cool. Oh, ist das Quas? Oh. Kommen wir gleich. Bin gleich da. Okay, hier sind noch Bücher. Will mal ganz kurz... Will mal ganz kurz was gucken. Äh, Sammelobjekte. Tagebuch. Staubiges Tagebuch. Das lag hier nämlich. Ich erzähl's gleich. Pass auf, ich lese es erstmal vor. Dieses staubige Tagebuch findet man hier in der Wohnung. 6. Juli 2013. Zu spät. Shura ging los, um Lebensmittel einzukaufen. Und ich wollte gerade den Stuhl auf dem Balkon rollen, um etwas frische Luft zu schnappen, als die Zivilschutzmeldung kam. Die Leute draußen rannten alle irgendwo hin. Raketen um Anflug. Blitze. Sie haben mich sogar bei geschlossenen Vorhängen geblendet. Ich sehe immer noch überall grüne Punkte. Ich hoffe, Shura hat es in den Metro geschafft. Ich dachte, ich wäre erledigt, aber offenbar bleibt noch etwas Zeit. Es ist Nacht. Die Straßen sind leer und still. Nur Sirenen sind zu hören. Und überall ist dieser grüne Nebel. Er fluoresziert. Oder bilde ich mir das ein? Das Telefon ist tot. Der Funk auch. Shura. Shura, mein Schatz. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es nicht so gut. Und ich fühle mich sehr schwach. Lebe wohl, Shura. So. Das wusste ich nicht, dass man Sachen nur einmal findet. Oh, Moment. Ich muss ganz kurz in den Filter. Wie viel haben wir noch? Kann ich gerade nicht sehen. Äh, 1,50 Minuten. Äh, 3 Minuten pro Filter. Ähm. Ich habe schon mal aufgenommen, aber leider war die Aufnahme im Arsch. Ich bin aber nicht weit gekommen, bis zu einer bestimmten Stelle. Ich sage euch Bescheid. Eine Huchstelle. Was ist denn hier passiert? Ähm. Und dann habe ich die Aufnahme gecheckt. Und die war leider doof, weil ich gerade mit Codex rumspiele. Und jetzt hoffe ich, dass diese Aufnahme was wird. Ich hoffe es so sehr. So. Und deswegen muss ich manchmal wahrscheinlich ins Inventar gehen. Aber die Stelle müsste gleich kommen. So, okay. Wir waren hier schon. Wir gehen schnell wieder zurück. So, dann mal durch. Na los. Einmal durch. Oh Gott, ich habe ein bisschen zugelegt. Hör mal. Vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Police ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Denn wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung. Mit Küche. Und Dusche. Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. Ich wünschte, Fallout 5 würde so aussehen. Ich denke, wir sind aus dem gröbsten raus. Hast du das gehört? Nee. Okay. Sch, sch, sch. Nicht so laut. In die Hocker dann. Hast du das gehört? Ja. Was war das? Schon wieder. Hier drüben. Lade nach. Okay, lass uns ganz kurz gucken. Komm gleich. Ja, ich komme sofort. Ich komme sofort. Ich will nur mal ganz kurz hier Schlüpper wechseln. Ich wollte nur mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas finden, irgendwas Brauchbares. Okay, warte. Komm ich da nicht durch? Jetzt aber. Okay, und hier geht's auch raus. So. Da sind wir wieder. Bereit? Komm schon. Hier ist nichts. Halten die Händchen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Hast du das gehört? Ein Rudel. Das hat gerade noch gefehlt. Ja. Okay. Gut, ich mache Licht aus. Das fällt hier draußen bestimmt auf. Das zieht sie weg. Ein Glück, dass die Mutanten sich gegenseitig ebenso sehr hassen wie uns. Ach, Mann. Ich verstehe wirklich nicht, warum diese Zone für Stalker verboten ist. Die Strahlung und die Viecher sind nichts Besonderes. Stopp. Das Rudel ist hier. Verwandeln wir diesen Ort hier jetzt in ein Blutbad oder lassen wir sie ziehen? Lassen wir sie ziehen. Warte ab. Anscheinend waren das alle. Ich bin froh, dass sie uns nicht bemerkt haben. Und das war ein echt großes Rudel. Okay. Wenn wir nicht müssen, schießen wir nicht. Das haben wir gelernt. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Kommen wir hier rein. Oh, cool. Okay, das nehme ich. Oh, schön. Ein paar Filter auch noch. Munition ist voll. Sehr gut. Und da wir nicht geschossen haben, haben wir Munition gespart. Oh. Ein Scorch-Biest. Okay. Foto-Modus aktivieren. Würde ich gerade gerne. Ach komm, wir machen das einfach mal. Foto-Modus aktivieren. So. Kamera-Modus. Q hoch. Okay, das mache ich mal. Kann ich jetzt... So kann ich drehen. Okay, uns selbst sehen wir nicht. Wir werden unsichtbar. Aber wir können uns zumindest mal ein bisschen umgucken. Ich hoffe, dass das Spiel es pausiert, ne? Nicht, dass ich jetzt den Filter verliere oder so. Okay. Okay. So, Schärfentiefe machen wir mal an. Auto. Anpassen. Aus. Mach ich mal Auto. Fokusabstand. Blende. Neigen. Oh. Ja, so ist besonders schön. So geht's aber eigentlich. Kamera. Effekte. Ah, ja. Meine Augen. Boah, das sieht auch cool aus. Eisenstein. Sonnenuntergang. Schwarz-Weiß. Film. Boah, das sieht nice aus. Apokalypse. Das sieht schön aus. Filter, da können wir noch ein bisschen gucken. Ein bisschen schrauben. Jetzt hat das Falloutiges so ein bisschen. Aber ich mache, ich mache so. Belichtung. Okay, das sieht aus wie Apokalypse. Filmkönigkeit können wir auch nochmal ein bisschen. Oh Gott. Okay. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Auf YouTube. Da wird der Filter jetzt wahrscheinlich, äh, der Codec wahrscheinlich verrückt spielen. Mit dem gekrisselt. Ich mache es mal wieder aus. So, Overlay. Rahmen. Ein bisschen nass. Ja, Regen geht. Fernglas. Staubig geht auch. Ich glaube, staubig sieht ganz cool aus. Alter Film. Frost. Postkarte. Atemschutzmaske. Boah, Nachtsicht. Aua. So, staubig finde ich ganz cool. Intensität kann man auch ein bisschen, ne? La 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 la. Dann hier eine Vignette. Die brauchen wir ja aber nicht. Und ein Logo. Macht sich da oben am besten. Oder halt aus. So, kann man hier, kann man noch die UI verbergen. Dann sieht das so aus. Das ist schon ganz nice. Das sieht eigentlich aus. Ehrlich gesagt, sieht ein bisschen aus wie vorgerendert gerade. Das ist schon sehr cool. Okay. Weiter geht's. Ein bisschen surreal war das gerade. Okay. Oh. Okay. Einmal Räuberleiter. Okay. Dann. Hoppala. Hast ein bisschen zugenommen. Da kann ich nichts für. Entschuldigung. Komm schon hoch. Dankeschön. Ich habe auch zugelegt. Die Zeit im Keller. Ich habe dich. Danke dir. Recht sich ein bisschen. Hast du das gehört, hat hier? Ich hoffe, dass das alles ist gefüllt. Ich bin mir zwei, 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 drei. Das fände ich mal einen Schnellsturm. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Und ich höre auch nichts. Lass uns den Funk nutzen. Ein Zug? Aber wer fährt den? Und wer? Vor allen Dingen wer? Wollen wir versuchen ihn einzuholen? Sieh mal, das sind unsere Leute von Orden. Anscheinend verfolgen sie auch diesen Zug. Schließen wir uns ihnen an. Hey, na los, komm rein! Alles klar. Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr dieses Ding da draußen gesehen? Und dort? Na los, komm rein! Drei mit dir. So. Hup!